hallo liebe eltern und halli liebe mamis und pappys heute mal an besonderer stelle im order zentrum in mainhausen und wir sind hier im showroom von däumling was steht natürlich an die neue kollektion und wenn euch das mal interessiert wie es so abläuft beim ordern bleibt einfach dran und dann schauen wir mal bis nachher ciao hallo liebe eltern hier bin ich noch mal aus dem showroom von däumling und ich möchte euch bloß mal ganz kurz zeigen wie schwierig dann immer die auswahl der einzelnen modelle ist gerade wenn man dann doch so viele tolle schuhe sieht und wo man das dann doch auf ein minimum dann reduzieren muss was man dann den eigenen kunden präsentiert also wie ihr gerade hier mal so seht wir haben hier wunderschöne modelle in wunderschönen farben alles ganz toll alles ganz super aber wir müssen dann natürlich immer das auf eine oder zwei farben dezimieren die wir dann euch in leipzig präsentieren können und so machen wir dann weiter däumling 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir geben eindeutig vorher Bescheid und wir werden wieder viele tolle Fotos machen.